Super! Feinde Maus, komm! Puppi! Ja, die kriegt ein bisschen Wurst. Und dann laufen wir weiter. Hat sie fallen gelassen, ist nicht schlimm. Ja, ich hab drei, vier Euro auch nicht fallen gelassen. Na komm! Genau, ruf mal! Ruf mal nochmal! Super, jetzt können wir weiter. Insgesamt drei Schlafzüge für 4,50 Euro.